Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und wir spielen heute eine Trollmap, die heißt Trolls and Lolz. So ein merkwürdiger Name, aber wir geben ihr mal einen Versuch und wir sind hier in diesem Raum und sehen hier erstmal Lava. Ich hoffe, wir werden hier nicht getrollt. The I give up hole. Okay, gut. Oh, kann ich dich da reinschlagen? Ja, danke. Oh, hä? Ich überlebe es? Ich überlebe es tatsächlich. Okay, ich glaube, wir müssen hier die Treppe hoch, oder? Aber ich überlebe es immer. Oh, what? Just got her. Wow. Bist du auch reingefallen? Ja, klar. Ach, oh man. Oh, ah, wir sind hier wieder. Gott sei Dank. Okay, warte mal. Wir dürfen hier nicht reinfallen. Das ist ja unfair. Ja, das sieht man fast. What? Ja, hier sind auf jeden Fall Löcke. Oh, wow. Löcke. Ich fall einfach zweifel rein. Hä? Das brennt einfach hier. Sind die jetzt auch unsichtbar? Ach, ach so. Ja, ja. Aber da oben nicht. Aber guck mal, da oben ist, ähm, hier, guck mal. Ja? Siehst du da die Becherplates? Oh, ich sehe es, ja, ja. Aber wie kommen wir da hoch? Durchschwimmen, oder? Oder vielleicht ist da irgendein Wasser hinter, oder sowas. Ich hab was gefunden. Hier ist so ein Button, oder sowas, oder? Denkst du, da kann man draufklicken? Nee, ich glaub nicht. Nee, keine Ahnung, aber ich glaub nicht. Nee. Warte, warte. Das ist so auffällig. Sorry. Nee, das geht nicht. Da muss was sein. Okay, vielleicht ist da echt nix. Ich schwimm da jetzt hoch. Jo, schaffen wir das? Nö. Warte, sicher. Und, hoch. Au, au, au. Nee, man ist zu langsam. Stimmt. Da, wenn man... Und, ja gut, dass die Lava dort bleibt, glaub ich, oder? Schaffst du's? Ach, ach, fast. Warte, versuch's nochmal, warte. Ich puste dich hoch. Funktioniert das? Fast, ich bin, ich sehe sogar den... Na, wie heißt das? Die Leatherblade? Ja, okay, ich hab keine Ahnung, wie wir jetzt weiterkommen. Irgendwas hier. Ja, es muss irgendwas in der Lava sein. Warte, soll ich mal... Soll ich mal dort rein? Ich bin mir nicht sicher. Aber da ist ja auch nix. Ich weiß es nicht. Oh, nö. Ich weiß, ich schau auch mal. Oh, Kata! Was? Oh Gott. Wo bist du hin? Du musst in die rechte Lava rein, und da musst du nach unten einen Restklick machen. Und da kommst du in eine Minecart. Und hier ist sogar Wasser zum... Was? Was? Genau, dorthin und den Restklick. Siehst du meinen Namen? Äh, ja, 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 Moment. Da, wo, da, wo mein Name ist. Da musst du... Ja, ich stehe gerade. Und, ja, noch weiter nach rechts, glaube ich. Okay, okay, ich versuch's nochmal. Hä? Und? Ja, 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 ja. Ja. Ah! Ah! Oh, schnell, schnell! Oh! Ja. Was? Das ist richtig krass gemacht. Ja, aber guck mal, ich... Du wusstest es ja jetzt sozusagen schon. Also, konntest mich auf die Fährte bringen. Ja. Und ich hab's nicht geschafft, teilweise. Oh Gott, okay, okay. Mal sehen, was noch auf die Zukunft. Hättest du das nicht gemerkt, dann... Wir wären niemals draufgekommen. Nö. Oh, oh, ich... Gott, ich bin woanders... Oh! Hallo! Oh, das ist ein Ender Dragon Kopf. Was macht der denn hier? Keine Ahnung. Oh, sorry. Nicht schlimm. Guck mal, das ist ein Kopf. Soll ich mich da mal draufdrücken? Oder warte, ich guck mal, was hier oben ist. Was sind das für Pressure Blades hier? Hier ist noch eine Kiste. Oh, wow. Hier, ähm... Danke. Kann ich dich damit töten? Oh nein, ich bin wieder ganz von Anfang an. Oh nein, ich glaub, du hättest hier auf den Button müssen. Hier ist, glaub ich, ne... Mein Spawnpoint. Ah, ich bin eh gleich wieder da. Oh Gott. Was machst du? What the heck? Kauter? Drück mal auf die... Guck mal drauf. Oh. Oh. Aber warum? Keine Ahnung. Soll ich das rausholen? Ich weiß es nicht. Ich nehm das einfach raus, oder? Also es wäre nicht so verfügbar, wenn man es nicht rausnehmen sollte, oder? Ja, ja, ja. Was ist denn jetzt da alles drin? Zeig mal. Ich geb dir mal alles. Also wir haben hier einfach, äh, nen Terracotta-Block, nen Button, nen Kaktus, äh, nen Stein, nen Ei, äh, nen Schild, noch nen Block, nen Command-Block, warum auch immer. Oh, warte mal. So. Ich glaub, du gehst wieder. Ja, genau. Bitte, bitte, bitte und bitte. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würd sagen, wir laufen einfach mal weiter, oder? Ich glaub, das ist das Beste. Ja, wir versuchen's mal. Okay. Wo? Runter? Runter. Ja, es geht nur nach unten, glaub ich. Hier ist noch ne Kiste. Oh Gott, warte, ich geh mal. Warte, ich geh hoch. Mach du die auf. Okay, hier ist nichts drin. Und hier ist, auf der anderen Seite ist, glaub ich, auch nichts. Warte mal, ich hab hier noch nen Magma-Block. Ich glaub, den hab ich grad eben bekommen. Ich werf den ja mal runter. Danke. Ich weiß echt nicht, was wir hier machen sollen. Also, ich hab ja nen Knopf. Ja. Steht da irgendwas dran, wo du den platzieren kannst? Auf welchen Block? Ne, da steht einfach nur Knopf. Hm. Okay, ich denk mal nicht, dass wir irgendeinen Block jetzt setzen dürfen. Das ist ja auch eigentlich angegeben worden. Also, so wie wir es gelesen haben. Deswegen setzen wir mal nichts. Und wir dürfen eigentlich auch nichts abbauen. Also, sorry für den Kaktus vorhin. Ähm. Keine Ahnung. Was? Hast du ne Idee, was wir machen könnten? Warte mal, du hast doch alle Items, oder? Ja, ja, alle. Versuch die einfach mal da unten in die Kiste reinzulegen. Aber gibt's nicht zwei? Äh, da unten gibt's nur eine. Ach so. Soll ich die einfach da reinlegen? Ja, leg die mal da rein. Ha! Hast du das gehört? Irgendwas ist aufgegangen, oder? Du hast gerade nen Pisten bewegt. Aber hier? Ne. So, ich, ich nehm mal alles raus, okay? Ja, nehm mal alles raus. Und ich geh hoch. Hä? Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Da hat sich der Gang geöffnet. Oh! Nice! Wir müssen einfach nur alles reinlegen und wieder rausnehmen. Oh, und jetzt haben wir hier einen Jump'n'Run. Oh. Warte. Wow. Oh. Hier ist, ähm... Hä? Okay. Oh nein, mit Barrier Blocks? Äh. Moment mal. Oh Gott. Hilf dir. Oh Gott! Ich hab dir echt geholfen! Hä? Ah, Katja, da unten ist ein Spawn-Point. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Troll ist, ob das ein echter Spawn-Point ist. Wo denn? Hier, siehst du den unter mir? Drück mal. Okay, ich sterbe nicht. Also, ich bin mir auch nicht sicher, ob man da wieder spawnt, aber du kannst ihn auch mal drücken. Achso. Okay. Doch, da steht ja Spawn-Point, auch wenn es ein bisschen komisch geschrieben ist. Ja, aber ich... Das könnte immer noch ein Troll sein. Und wenn wir irgendwie von hier aus, warte mal, ins Wasser springen und dann weiter... Ich bin weiter. Okay. Warte auf mich, Katja. Yay! Aber wie schnell machst du die Level denn hier, bitteschön? Ah, das macht du gut, oder? Ja. Ich komm hoch. Hallo? Wie es aussieht. Hi. Hi. So, weiter... Oh, das sieht irgendwie... Au. Oh, oh, oh. Du bist was denn? Was? Aber der Ope ist ein Schalter, Katja. Soll ich mal umlegen? Äh. Äh. Warte. Jetzt. Was? Wie hast du das gemacht? Oh, hier ist voll dunkel. Moment mal, wie komm ich denn jetzt dorthin? Oh, ich hab grad richtig Angst. Au. Ich fühl mich nicht wohl. Ich fühl mich... Bitte geh nur mal vor. In welche Richtung? Ich glaub, wir müssen hier lang. Äh. Komm, Katja, folgen wir einfach. Wir sind hier schnell durch. Oh, krass. Ich hab so Angst, weil mich etwas erschreckt. Oh, Gott. Alles gut. Ich... Nee. Ich will hier nicht... Katja, bitte lass mich hier nichts erschrecken. Okay. Hä? Ich glaub, es ist alles gut. Wie bist du... Wie bist du da hingegangen? Komm. Nee, ich hab Angst. Ich hab Angst, ich hab Angst. Wie komm ich denn hier hin? Nein. Ich wein gleich. Nein. Da war was. Oh. Das ist nur der Weg. Nein, da war nichts. Oh, Gott sei Dank. Komm, Katja, komm. Aber wie... Wie... Was ist das? Wie komm ich hier hin? Ich... Ich seh doch nichts. Ist es so dunkel bei dir? Ja. Ah, da. Da ist ein Loch im Boden. Ja. Hallo. Ich hab mich nicht wohl gefühlt. Blau oder grün? Komm, du gehst grün und ich geh blau, ja? Aber blau ist meine Lieblingsfarbe. Oh, tschüss, Katja. Ah, super. Okay, soll ich einfach mal den grünen ausprobieren? Mach mal. Oh, das war richtig. Echt? Ja, glaube ich. Sicher? Lauf mal weiter. Ja, okay. Und hier ist noch ein Button. Wollen wir den drücken? Du drückst ihn einfach. Ja, ich dachte, du hättest ihn schon gedrückt. Nein, 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 nein. Vielleicht war das ins... Hä? Wo bist du? Oh, what? Hilfe. Du kannst ihn wieder zurück. Was passiert hier? Ah, guck mal. Ja, und jetzt? Oh. Ich hab drüberjumpen. Ja. Jetzt krieg ich auch Langsamkeit. Ich bin nur nicht mal drüber gelaufen. Wie soll ich das denn jetzt jumpen? Sorry. Ich glaube, ich schaff das nie. Ich denke einfach, es ist ein normales Jump'n'Run. Ja, aber ich hab kein Verhältnis zu... Boah, nee. Wie weit bist du denn? Und ich bin erst hier. Jo, warte, wo bist du denn, Kata? Hier, hallo. Oh, Einer. Einer? Boah, mein Kopf tut schon weh, Kata. Okay. Okay, es ist machbar. Es geht auf jeden Fall. Den Sprung weiß ich nicht, so wie ich den einschätzen soll. Ich weiß hier überhaupt gar nichts mehr. Oh, ein Millimeter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das war gerade ein Millimeter. Aber kann ich laufen? So generell? Ich glaube nicht. Ich hab's gepackt. Super. Ja. Geil. Okay, warte, warte, warte. Wir stellen uns mal hier hin. Okay, bitte fall nicht in die Lava. Oh Gott, nein. Jetzt wackel ich auch. Okay, nimm die Milch, Kata. Okay, soll ich die trinken? Äh, warte. Ja, trink's jetzt. Oh. Sehr gut. Jetzt wackel ich nur noch rum. Geschafft. Oh, 1000 Milch bekommen noch. Nur du kriegst die. Hör! Was? Was? Wohin muss ich? Wohin muss ich? Wohin muss ich? Was ist denn das denn? Ja. Ja. Sauber. Okay, willst du mal versuchen? Okay, wir können hier den Spawnpoint setzen. Moment mal. Get off the other... Ach, wir müssen auf die andere Seite der Mauer. Ah, guck mal hier mit R5. Siehst du das? Das ist ein Spinnweben. Fünf. Ah ja. Oh. Warte mal. Schau mal so, wie du grad schaust, okay? Okay. Ich zeig dir jetzt, wie man da reinkommt. Ich zeig dir Trick 17. Pass auf. Mhm. Zeig mir mal Trick 17. Jetzt. Pass auf, pass auf, pass auf. Und. Tada. Hä? Ich kann hier nicht im Wasser landen. Was? Ja, wow. Och man. Ich dachte schon. Eins, go. Hä? Hä? Bei mir ging es nicht. Och man. Ich kann treffen. Ich hab getroffen. Okay, warte. Das mach ich auch. Ähm. Na. Oh, fast. Nochmal. Yo, Leute. Und? Oh, aber das ist schon cool gemacht. Hier, zu mir, Kater. Ich fang dich auf. Och man. Ich bin zu weit. Ich muss viel weiter nach hinten. Ja. Ich, so vier oder fünf Blöcke. Und. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, ja, ja. Hi. Iyi. Sehr gut. Ah, Spawnpoint, oder? Nein. Too fast for you? Oh, ich dachte, wir wollen ja gleich durchrennen. Mach du das. Oh. Ach, du hast das. Au. Au. Iiii. Was? Moment mal. Muss man da so schnell durchrennen? Ja. Du musst halt, genau. Rennen durch und drücken. Sofort Shift. Und Shift. Oh, sehr gut. Oh, ich hab sogar noch vier Herzen gehabt. Echt? Das ist nicht schlecht. Oh. Oh, oh. Und hier ist ein kleines Jump'n'Run. Hier drücken? Hier drücken? Äh, der kriegst du Milch. Äh, so. Hast du schon bekommen. Äh. Zack. Zack. Wo bist du? Hey. Da. Na? Oh. Hier sind unsichtbare Blöcke. Oh, oh. Sind da wo Wind? Oh nein, warte. Gut. Oh Gott. Was passiert hier gerade? Moment mal, wie hast du das geschafft? Ah. Das war einfach, als ich gedacht hätte. Oh, hey. Warte. Was denn? Du kommst hier. Oh doch, du kommst hier weiter. Nein. Oh no. Nein. Wie, wie bist du da hingekommen? Hey. Aha. Das ist easy. Schau mal an die Decke. Aha. Oh. Ah. Das heißt, du musst da vorne hin. Ah, okay. Au. Und ich schoss dich. Warte, Karte. Oh, okay. Und? Oh, sehr gut. Okay. Das ist jetzt nice. Und jetzt? Ne, vorne. Nach vorne. Oder beziehungsweise mittig. Nein, 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 nein. Schau links von dir. Siehst du das an der Decke? Da links? Äh, da, dort. Dahin? Ja. Oh je. Das müsste man schaffen. Tatsache. Und jetzt? Ah, wie gut bist du denn? Warte. Ich will. Und jetzt musst du? Nein, von da. Oder? Aber warum ist dann das dort? Ja, der ist so mäßig. Dass du so Schlangen vormachst. Dann komm doch mal zurück. Hallo. Okay. Und jetzt da rein. Ich stelle mich nach hinten. Okay. Wir müssen gucken, dass wir uns nicht wegschieben aus Versehen. Ja. Schafft man das überhaupt? Keine Ahnung. Okay, wir haben hier noch ein bisschen rumprobiert und wir haben uns jetzt mal den Boden ein bisschen näher angeschaut und glauben, dass da hinten was nicht koscher ist, sag ich mal. Also versuchen wir mal da rein zu springen. Okay, willst du? Ne, mach du gerade mal. Okay, warte mal. Dort, wo es eh so ein bisschen tiefer reingeht, ne? Ja, genau. Oh, oh. Geht das? Nein, nein, nein. Ist da nichts? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Puppi du mal am besten nochmal. Und? Da muss doch was sein jetzt. Okay, ich spring da jetzt hin, ja? Ja. Und? Schaffst du's? Da ist was. Ja, ja, ja. Aber ich habe es nicht geschafft. Warte, warte, ich probiere mal, okay? Ja. Und komme ich da rein? Oh, ich komme nach unten. Ja, aber das ist... Ich habe es auch nicht geschafft. Du übernimmst es nicht einfach. Es war richtig knapp. Oh, warte, lass mal hier lang den da nehmen. Deswegen vielleicht, weißt du, der... Ja. Denkst du, das ist besser? Ja, bestimmt. Ja, tatsächlich. Wow, das ist ja easy. Mann. Du musst einfach geradeaus dann da reinspringen. Och, ich schaffe jetzt erstmal den Sprung nicht mal. Ah, ich versuch's jetzt nochmal. Okay, willst du mir Glück? Komm, ja. Runter, 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 runter. Und ins Wasser. Ah, endlich. You mad? Yes. I'm mad. Okay. Sollen wir auch... Mann, ey. Druckplatte? Ja. Oh, wo bin... Oh Gott, Moment mal. Achso, ich bin jetzt hier. Guck mal, hier sind wir. Spawnpoint. Ah, okay, erstmal. Das ist das Wichtigste. Das ist das absolut Wichtigste. Oh nein. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, sieh die Lava. Achso, das mag mal Boden, ne? Ja, ja, ja. Oh Gott, das sind so... Oh nein, ich mag die gar nicht, die Sprünge. Ist ja... Hab's jetzt auch mal geschafft, nach zehn Jahren. Oh. Oh. Hä? Du hast mich runtergeschubst. Sorry. Hey. Mussten wir überhaupt da lang? Ja, ja, ich glaub schon. Ähm, mach mal, was du da machen musst. Tschüss, ich gehe jetzt weiter. Okay, dann geh ich auch mal da lang. Find the right button. Na super. Oh. Okay, Kata, ich zeig jetzt den richtigen Button. Mhm, mit Ansage, ne? Ja. Ich mach jetzt... Das ist mein First Try und ich drück jetzt den richtigen Button. Mhm, will ich sehen. Pass auf. Ich... Das ist der Richtige. Der Button hier. Der da. Ist der Richtige. Ja, genau. Ja? Pass auf, ich drück den. Du wirst sehen, das ist der Richtige und wir kommen ins nächste Level, okay? Okay. Okay. Super. Ich mach das jetzt auch mal. Ich sag dir, welcher jetzt der Richtige ist und da wirst du mal gucken, ja? Also, ähm, nein, 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 Spaß. Ähm, so, ich guck mal. Ja. Ähm, die schauen mir alle nicht sympathisch aus. Hm. Der da oder der da? Ich weiß es nicht. Bist du sicher, Kata? Soll ich mal probieren? Ja, mach mal. So, ich drück jetzt den da und dann ist Schicht im Schacht. What? Boah. Äh, Moment mal, wo sind wir denn jetzt gelandet? Hä? Watt, oh, sind wir... Oh, wer... Oh, nein. Wer ist der grandiose Creator dieser Map? Oh. Schomba-Cookie? Ich glaube, das war falsch. Also, denkst du, einer bei Minecraft nennt sich eher Schomba-Cooker oder Schomba-Cookie? Also, Cookie hört sich natürlich lecker an, aber das ist vielleicht so basic. Ich würde auf den Cookie klicken. Ich mag Cookies. Soll ich auf den Cookie klicken? Weil der App hier Cookies mag? Das mache ich jetzt. Ja. Oh, nein. Ah, super. Nur weil du deine Kekse haben wolltest. Pokémon. Chompa-Cooker? Ja. Was? Der heißt keins von den drei? Ach, wir kennen uns ja gut aus mit Maps, die wir spielen. Oh Gott. Okay, hier muss es irgendwo noch einen Button geben und wir finden ihn nicht. Oder jetzt kommen wir auch nicht mehr raus. Also, Schnevermind. Hm. Oh, warte mal. Schauen wir dort in dieser Kante. Da muss doch irgendwo was geben. Aber ich glaube... Warte, schwarz, 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 schwarz. Und da ist grau. Ja, drück mal mit Rest hier drauf. Vielleicht erwischst du irgendwas. Vielleicht ist es ein Button. Ich bin mir nicht sicher. Ist hier... Ja! Hallo! Hä? Hier war ein Button. Sind wir nicht einfach... Bei mir sah es wirklich 1 zu 1 aus, als wären wir durch die Wand gelaufen. Echt? Ja. What? Thank you for playing. Und bestimmt ist das Lava jetzt. Nee. Okay. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss!